Ganz neu bei McDonald's, der Ranch Salad mit warmem Hähnchenfleisch. Wahlweise paniert oder gegrillt. Mit Edamer und Cheddar-Käse und leckeren Beckenwürfeln. Oh, und das hier ist Sarah. Sie ist auch neu bei McDonald's. Sarah ist Zahnärztin, hat drei Kinder und erzählt gern schlechte Witze. Und ihrem Mann stiehlt sie andauernd die Pyjamas. Neuer Genuss, neue Gesichter. Das ist Salads Plus. Immer wieder gut. Bei McDonald's. Bei da. Ich liebe es.